Wenn du nachts von Geräuschen auf deinem Dachboden geweckt wirst, kann das viele Ursachen haben. Die meisten davon haben vier Beine. Jetzt musst du natürlich erstmal herausfinden, welche Tierarten sich auf deinem Dachboden eingenistet hat, damit du weitere Schritte einleiten kannst. Handelt es sich um Mäuse oder Ratten oder um einen Marder? Um das herauszufinden, solltest du erstmal die Geräusche genau analysieren, die du auf deinem Dachboden wahrnimmst. Während die wildlebenden Mäusearten in der Regel nachtaktiv sind, sind die Mäuse, die sich in der Nähe von Menschen aufhalten, sowohl am Tage als auch nachts aktiv. Ihre Geräusche wirst du hauptsächlich in den späten Abend- und in frühen Morgenstunden wahrnehmen. Mäuse geben allerdings kaum Geräusche von sich, daher ja auch der Ausdruck Mucksmäuschenstill. Du hörst von ihnen nur ein leichtes Rascheln oder Knabbern. Das kann auch übrigens nicht nur vom Dachboden, sondern auch aus einer Zwischendecke oder aus Lüftungsschlitzen kommen. Ratten sind dagegen schon etwas lauter als Mäuse. Sie sind nur nachtaktiv, das heißt du wirst sie auch wirklich nur frühmorgens oder spätabends hören. Gerade am Anfang, wenn sich die Ratte frisch auf deinem Dachboden einnistet, macht sie lautere Geräusche durch aggressives Kratzen und Schaben. Der Marder ist der lauteste unter den Untermietern. Er macht durch lautes Poltern auf sich aufmerksam. Auch er ist nachtaktiv und kann für die ein oder andere schlaflose Nacht sorgen. Im Gegensatz zu Ratten und Mäusen bewegt sich der Marder nicht in Zwischendecken, sondern tatsächlich nur auf dem Dachboden. Marder können extrem laut werden und schreien. Das tun sie allerdings nur, wenn sie bedroht werden, ihr Revier verteidigen wollen oder während der Paarungszeit. In den seltensten Fällen wirst du auch nur eins dieser Tiere auf dem Dachboden zu Gesicht bekommen. Alle drei Arten sind flink und können sich gut verstecken. Sie hinterlassen aber Spuren in Form von Kot. Wenn du dir diesen dann aber genauer anschaust, bist du deiner Lösung schon ein ganzes Stück näher. Die Methode ist überhaupt nicht appetitlich, aber sehr aufschlussreich. Marder-Kot ist wurstförmig, ca. fingerdick und etwa 8-10 cm lang. Oftmals erkennst du sogar, was der Marder gefressen hat, an der Hand von Fellresten oder unverdauten Früchten. Außerdem riecht der Kot sehr stark. Handelt es sich um einen Marder, empfehle ich dir unser Video Marderloswerden anzuschauen. Dort geben wir dir hilfreiche Tipps, wie du einen Marder vergrämen kannst. Und natürlich auch alle Randinformationen, die vielleicht wichtig werden für dich. Ratten- und Mäusekot ist auf den ersten Blick schwer auseinander zu halten. Der Rattenkot ist mit etwa 1-2 cm etwas größer und riecht nach Ammoniak. Du wirst Rattenkot eher konzentriert an bestimmten Stellen finden. Mäusekot ist mit 3-8 mm kleiner als Rattenkot. Er ist spindelförmig oder rund und riecht auch streng. Mäuse hinterlassen ihn besonders an ihren Laufwegen. Findest du Kot in unterschiedlichen Größen, ist das auch ein gutes Anzeichen dafür, dass sich die Mäuse vermehren. Es ist aber schwer zu unterscheiden, ob es sich dann bei den Hinterlassenschaften um eine erwachsene Maus oder eine junge Ratte handelt. Wenn du unsicher bist, um welche Nager es sich handelt, könntest du jetzt versuchen, Rattengift auszulegen und dann abwarten, ob die Nager es anrühren. Denn Ratten würden es fressen, Mäuse aber nicht. Da wir aber gegen den Einsatz von Gift sind und das nicht nur dem Tier einen qualvollen Tod bereitet, sondern auch noch schlecht für die Umwelt ist, empfehlen wir dir den Einsatz von Monitoringködern. Unser Nara ist ein Hightech-Lockstoff für Mäuse und Ratten. Er besteht aus einem Kunststoff und ist daher extrem lange haltbar und auch natürlich giftfrei. Die Aromen des Köders locken Mäuse oder Ratten an und lassen sie am Köder knabbern. Die größere der Knabberspuren ist dann ein guter Hinweis auf die Nagerart. Du kannst die Naras auch direkt in eine Schlagfall einbauen. So kannst du nicht nur herausfinden, um welches Tier es sich handelt, sondern es auch direkt fangen. Die Naras passen perfekt in unsere Gorilla Traps Schlagfallen, die du in unserem Futura Shop bestellen kannst. Wenn die bisherigen Indikatoren auf deinem Dachboden nicht so ganz zutreffen, könnte es sich auch noch um einen Siebenschläfer oder einen Waschbären handeln. Aber das kommt deutlich seltener vor, weshalb wir das höchstens in einem anderen Video dann noch thematisieren. Ansonsten wünschen wir euch einen nagerfreien Dachboden und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.